Eine Oase der Ruhe, Entspannung und Schönheit. Das ist der Salon von Hairstylist und Make-up-Artist Daniel Dujak im Herzen von Wien. In dem angesagten Beauty-Tempel mit Wohlfühlgarantie widmet man jedem Kunden sehr viel Zeit. Massenabfertigung, wie in vielen anderen Salons, kommt für Friseurmeister Daniel Dujak und sein Team natürlich nicht in Frage. So erfahren Sie in dem extravagant, aber unverschämt gemütlich eingerichteten Studio ein einmaliges Styling-Erlebnis. Ob cooler Schnitt, freche Koloration oder Make-up für jeden Anlass. Man kennt stets die aktuellsten Trends und weiß sie in unnachahmlicher, kreativer Weise umzusetzen. Kein Wunder also, dass auch zahlreiche Prominente aus Film und Fernsehen sowie bekannte Fernsehshows wie etwa Austria's Next Topmodel auf die Künste des innovativen Studios schwören. Hairstylist und Make-up-Artist Daniel Dujak – das doppelte D für perfektes Styling in einmaliger Wohlfühlatmosphäre.